in diese kategorie bekommen vor ein paar tagen hier im kurhaus und jetzt kommt mal drauf und vielleicht reicht 2,7 so siggi wird knapp aber es dürfte reichen so wie er sich noch bewegt hier jetzt die letzten meter man sieht natürlich auch die kräfte schwinden 24 18 marceressov 24 das schafft er das schafft martafokat auf geht's jungen erster platz momentan für martafokat aber pittchen 2,1 sekunden dort hat auch die rest auf eine große große leistung gezeigt 2,1 sekunden macht da in der stadion hier riesig gefällt das sagt er immer wieder er ist ganz begeistert von diesen zuschauern von der atmosphäre und das wirkt sich vielleicht auch aus paul jacquino siegfried maase die trainer und martafokat weiß auch 2,7 sekunden ist nicht viel 2,21 oder sogar